Ich habe eine Frage, was ist Allmacht? Ich lese immer mal wieder etwas über Götter, die behaupten, sie seien allmächtig oder von denen gesagt wird, sie seien allmächtig. Das Wort Allmacht wird also als Attribut diversen Göttern zugesprochen, die daher allmächtig sind. Es gibt mehrere Sätze in zum Beispiel der Bibel und im Koran, die genau das behaupten. Sogar im Islam einer der 99 sogenannte Namen des Gottes des Islam ist der Allmächtige, hat also alle Macht. Gläubige sagen das so leicht hin, ohne sich Gedanken zu machen, was das eigentlich bedeutet. Man könnte also erwarten, dass wenn ein göttliches Wesen allmächtig wäre, es in der Lage sein sollte, auch wirklich alles können würde und müsste. Jetzt kommt ein Skeptiker und fragt mal ahnungslos nach, ist das wirklich so? Was hat es denn mit dieser Allmacht auf sich? Was ist diese Allmacht? Und da passiert Erstaunliches. Die Allmacht löst sich plötzlich auf und weicht der menschlichen Fähigkeit und Logik. Diese so allmächtigen Götter schaffen es noch nicht mal, ein fehlerfreies Buch zu schreiben. In dem diese Allmacht drin steht. Oder eine in sich konsistente Liste mit klar verständlichen Forderungen zu erstellen, die von allen Menschen gleichermaßen verstanden wird. Die Götter können auf einmal nichts gegen Streitwagen aus Eisen ausrichten. Oder ein Gott kann keine Kinder haben, ohne entsprechende Gefährten. Kann ein Gott etwas Unzerstörbares erschaffen? Nein, geht nicht. Etwas Gleichstarkes wie er selbst? Nein, geht nicht. Kann ein Gott hier auf diesem Whiteboard vor mir ein Dreieck zeichnen, dessen Winkelsumme 220 Grad ergeben? Nein, geht auch nicht. Das heißt, Götter sind schwach, eingeschränkt, so wie Menschen und müssen sich der menschlichen Logik beugen. Es gibt eben keinen verheirateten Junggesellen. Das kann auch kein Gott ändern. Das Konzept Allmacht ist also ein falsches, ein unrealistisches Konzept. Eines, das überhaupt nicht existieren kann. Götter sind also schwach und impotent, nicht überzeugend und völlig überflüssig. Daraus folgt, Götter mit dem Attribut Allmacht können außerhalb ihrer Bücher gar nicht existieren. Also schickt sie einfach dahin, wo sie hingehören. Ein Museum. Amen. 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 Vorgen.